Herzlich willkommen zurück bei Startblock 07. Herzlich willkommen zurück aus dem Zillertal. Ja, die Sonne ist schon untergegangen und trotzdem haben wir hier ein traumhaftes Panorama. Ihr seid im Trainingslager hier und du bist neu beim TVB. Nach sieben Jahren beim TBV Lemgo jetzt beim TVB, also die Buchstaben ein bisschen vertauscht. Warum die Entscheidung pro Stuttgart? Ja, ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen. Es waren sicherlich mehrere Faktoren. Hauptausschlaggebend war zum einen, dass meine Frau und ich aus der Region kommen und es für uns immer klar war, dass wir unseren Lebensmittelpunkt irgendwann auch wieder da sehen und zum anderen eben in die Entscheidung mitgespielt hat, dass wir zu dem Zeitpunkt erfahren haben, dass wir Eltern werden und somit der Wunsch, nach Hause zu kommen, noch konkreter wurde. Und zufällig kam dann auch der Anruf von Jürgen und somit war dann das Gesamtpaket einfach das Beste, weil ich auch der Meinung bin, dass das Projekt Stuttgart ein unfassbar interessantes ist. Gerade für mich, da ich aus der Region komme und auch schon immer irgendwie Bezug hatte zu Bittenfeld, auch durch die Rivalität damals durch Biedigheim, war das ja immer irgendwo auch im Hinterkopf. Und wenn man ehrlich ist, auch irgendwo, ja, hat man da dran gedacht oder drüber nachgedacht, dass es ja schon cool wäre, dem Handball, Sport und Familie beim TVB Stuttgart unter einen Hut zu kriegen. Du hast wahrscheinlich auch in der Zeit in Lemko die Region verfolgt, gerade Biedigheim hast du angesprochen, war ja eher so ein bisschen Fahrstuhl mäßig. Der TVB war damals ein bisschen traurig, dass es damals, wo Biedigheim aufgestiegen ist, nicht geklappt hat. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, hat man das Gefühl, dass in Stuttgart vieles richtig gelaufen ist, oder? Absolut. Also ich glaube, die Entwicklung von Stuttgart oder damals Bittenfeld zeigt es, dass hier einiges richtig gemacht wurde. Und gerade auch mit dem Umzug nach Stuttgart ist sicherlich nochmal der Einzugsbereich vergrößert worden. Und dadurch, dass Stuttgart eben, was den Handballsport angeht, nicht so präsent war, meiner Meinung nach der einzig richtige Schritt. Und ich glaube, dadurch hat man wieder ein Stück weit den Schritt nach vorne gemacht. Und denen gilt es jetzt einfach immer weiter zu gehen und Stück für Stück zu versuchen, TVB Stuttgart immer nochmal weiter nach vorne zu bringen. Trotz deiner vielen Bundesligaspiele bist du noch ein sehr junger Spieler, aber hast extrem viel Bundesliga-Erfahrung eben. Was glaubst du, wie wichtig wird es sein, vor allem jetzt bei diesem Neuanfang vom TVB? Ja, sicherlich gehöre ich jetzt in der Mannschaft zu den erfahreneren Spielern. Auch wenn ich im Alter mich irgendwo in der Mitte einreihe. Aber genau das wird jetzt auch irgendwo mit meine Aufgabe sein. Zusammen mit den natürlich Älteren und noch viel, viel Erfahrenen wie Omel und Jogi, von denen ich sicherlich noch unfassbar viel lernen kann und werde. Aber ich glaube, wie du angesprochen hast, dadurch, dass wir viele Neuzugänge haben, die die Liga gar nicht kennen, die aus dem Ausland kommen, gilt es da sicherlich Erfahrungsschatz einzubringen und denen irgendwie zu helfen und das Ganze irgendwie einfacher zu machen. Platz 15 in der letzten Saison war fast ein bisschen zu wenig, wenn man gesehen hat, wie es Richtung März noch aussah. Hinten raus ist ein bisschen die Luft raus gewesen. Was traust du dem TVB zu in der kommenden Saison? Ja, zum einen ist es, wie du sagst, ist die Liga unfassbar eng geworden, gerade was das Mittelfeld angeht. Und da ist es nun mal so, wenn man ein, zwei Spiele verliert, dann sind das im schlechtesten Fall gleich mal drei, vier Tabellenplätze. Wir haben das mit Lemko dann Ende der Saison eben auch gemerkt und da zählen eben Verletzungen mit rein. Und ja, kommende Saison wird sicherlich eine spannende, aufregende Saison. Ich glaube, wo das ganz klare Ziel sein muss, den Klassenerhalt zu schaffen und den natürlich auch irgendwo frühzeitig klar zu machen. Aber jetzt darüber hinaus irgendwelche Platzierungen oder Punkte irgendwo als Maßstab zu geben, wäre sicherlich der falsche Ansatz, weil einfach zu viele Neuzugänge, zu viele Veränderungen jetzt diese Saison sind und das alles auch Zeit braucht, bis man, ja, die Mannschaft, bis die Mannschaft sich findet. Das ist einfach ein Prozess und der muss uns auch zugestattet werden. Aber hier im Trainingslager hat man das Gefühl, es ist schon eine Mannschaft. Also die Neuzugänge, die sind sehr schnell schon integriert worden, zumindest mal menschlich auf dem Feld, wird es dann wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. Absolut. Also wir haben hier ein unglaublich gutes Gefüge, ein super Gefühl. Wir hatten heute Mittag auch eine kleine Besprechung, wo es darum ging. Und da sind wir bisher auf einem sehr, sehr guten Weg. Also es war unglaublich, wie offen die Mannschaft ist, wie schnell die Neuen sofort integriert wurden, aber auch, was die Neuen mit reinbringen. Also gerade die Ausländer konnten schon die Grundkenntnisse in Deutsch, was natürlich schon wichtig ist, weil Deutsch nun mal unsere Sprache ist. Natürlich kann man sich irgendwo auch auf Englisch unterhalten, aber Ziel sollte es anscheinend schon sein, Deutsch zu sprechen. Und das machen die Jungs hervorragend. Und das macht es dann auch einfach, irgendwie in einer Mannschaft da Anschluss zu finden. Und das ist bisher einfach sehr, sehr gut. Patrick, wir danken dir fürs Gespräch. Hier macht es natürlich auch Spaß, sich zu unterhalten. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg und dem ganzen Team natürlich auch vom TVB und werden uns des Öfteren noch wiedersehen. Das war es von Startblock 07. Ja, wir müssen leider wieder heimfahren, zurück ins Studio, aber kommen bestimmt auch mal wieder zurück hier ins Zillertal. Nächsten Donnerstag sehen wir wieder für euch da. Bis dahin, macht es gut und bleibt spartig.